So, willkommen zurück bei Faktorio, zusammen mit Casino, Lutz und Flo. Jetzt los. Hallo. Hallo. Ich muss mir immer noch mein Inventar wieder zusammenbasteln. Ich habe gerade ultra viel Kram in meinem Inventar, der produziert wird, weil ich meine ganzen Sachen wiederherstellen muss. Ich brauche Holz. Haben wir irgendwo eine Holzkiste? Also, eine Kiste mit Holz, keine Holzkiste. Ich glaube, oben auf den Gleisen. Auf den Gleisen? Ja. Da, wo der Zug steht? Ja. Ich baue jetzt hier ein Loch in die Mauer. Ich habe ja nicht mal Werkzeug. Also, ich habe Werkzeug in der Produktionswartestlange, aber da sind 500 Mauern vor. Irgendwo werden wir gerade schon mit angerufen. So, was muss ich denn jetzt hier aufbauen? Mal kurz überlegen. Öl muss ich erstmal da rausnehmen. Das heißt, ich brauche diese Werkstätte nicht. Ich fühle mich gerade, als hätte ich gerade neu mit dem Spiel angefangen. Ich boxe Bäume mit der Hand. Beziehungsweise, was macht das? Sieht aus, als würde der mit dem Kopf gegen den Baum schlagen. Jeder hat seine Technik. Das erklärt einiges. Also, ne, haben wir im Ernst, haben wir irgendwo eine Holzkiste? Ne. Holz haben wir nicht mehr gebraucht. Automatisiert man nicht Holz. Das wäre so toll, wenn ich von den Schienen runterlenken könnte jetzt. Warum? Nino schaue ich an denen mit Schienen. Alter, seit wann fahren hier zwei Züge? Das ist nur einer. Was für einer Geschwindigkeit donnerst du hier bitte lang? Weil ich's kann. Ich glaube, ich baue eine Mauer um die Schienen. Irgendwann erwische ich nochmal einen von euch. Du kannst doch nicht eine Mauer um die Schienen bauen. Warum nicht? Ich kann das. Wir müssen ja da durch irgendwie, irgendwann. So. Fahr nochmal eine Runde, Lutz. Wo bist du? Mal unten besuchen, muss ich was zeigen. Nein. Was ist passiert? Er hat eine Schiene geklaut. Wie geht denn das? Wie baue ich die wieder da rein? Da musst du drauf nennen... Auf... Ja, genau. Gut. Na gut, dann kann die... Du hast Gutes zeigen. Ja, wir können jetzt übrigens die blauen Dinger herstellen, ne? Oh, ist ja gut. Bauter, Batterie, erweiterte der Schall... Oh Gott, ich hab schon keinen Bock mehr. Zu spät. Okay. Ich bin dafür, jeder tut sich um ein... Material kümmern. Ich nehm die Stahlträger. Was denn? Nein, Digga, darum hab ich mich die ganze Zeit gekümmert, das ist meins. Warte, warum geht's überhaupt? Du Arsch. Warum geht's überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Ich will, ich will, äh, diese... Akkumulatoren bauen. Ja, wir brauchen die blauen, äh, das Wissenschaftspaket 3, diese blauen Tränke. Und dazu brauchen wir Batterien, erweiterte Schaltkreise, filtern der Greifarm und Stahlträger. Und ich werde die Stahlträger herstellen und ihr dürft euch den Rest aufteilen. Nein, ich mach die Stahlträger, ey. Wir haben die Stahlträger schon lange. Ja, die hab ich gemacht. Wir haben tonnenweise Stahlträger. Ja, weil ich die geistesgegenwärtig früh gemacht hab. Aber ich wüsste gerne, ähm, wo kann ich denn dieses Umspannwerk bauen? Ah, Akkumulator. Wir wollen sich mit speichert elektrische Energie. Okay. Brauche ich 5 Batterien. Wie stelle ich Batterien her? Eine Schwefelsäure und dazu müssen wir warten, bis unser Mensch hier unten, dass man alles fertig hat. Ja, das kann ein bisschen dauern. Schwefel, wo kriegen wir denn Schwefel her? Öl. Schwefel kommt aus Öl? Weiß ich doch nicht. Ja, Schwefel kommt aus Öl. Jetzt ernsthaft? Ja. Schwefel gibt's doch auch natürlich. Jetzt siehst du hier irgendwo einen Vulkan? Oder soll ich einen machen? Nein, keine Lütze. Öl. Ich habe so viele Sachen, die gerade in meinem Inventar produziert werden. Ich muss noch auf 577 Kupferkabel warten. Ich habe nichts zu tun. Wo ist mein Auto? Das ist doch draufgegangen. Ach ja. Warte, da unten stand doch noch eins, oder? Das war doch nicht deins, ne? Ne, ne, einfach. Ich wette, das war deins. Wie hast du das Ding eigentlich umgefärbt? Ähm, wenn du es anklickst. Okay, ich mache das, wenn ich Stahlwerkzeug habe, nehme ich die Mauer da oben weg. Das dauert mir mit Hand viel zu lange. Wo ist der Zug gerade? Warte ab. Du fährst das Rechenwerk. Oh, das war echt, äh, ja. Ich sollte mir da mal eine zweite Mauer nebenbauen. Warum ist hier unten eigentlich kein Strom, äh, kein Licht? Warum habe ich keine Lampen im Inventar? Warum liegt das Stroh auf dem Boden? Warum hast du eine Maske auf? Ähm. Äh. Äh. Ich mag meine Stromproduktion. Warum ist das Rohr hier angedötscht? Wer ist gegen meinen Strom gefahren? Welche Strom? Hört mal echt bitte damit auf, da rumzufahren. Irgendwann macht irgendwas kaputt und... Ich fahr ja gar nicht rum. Fahrverbot. Ich suche ein Auto. Ich weiß, welche beiden Jungs die die ganze Zeit rumfahren. Ich bin gerade nur einmal rumgefahren. Genau, hör auf rumzufahren, Aptain. Kannst du ja bei mir auf dem Stream gucken, ja. Ja, ja, ich glaub wieder nicht. Wie kannst du mir erzählen, was du mal hast? Ja, ja. Schau, guck. Ähm. Ich glaub, ich find das Auto nicht mehr wieder. Ich mach mir einfach ein neues, nachdem 341 Kupferkabel fertig hergestellt sind. Du musst einfach die Materialien in das eine Dings reinbauen. Äh, ich guck gerade, wie viel... Äh, äh, äh... Mach's einfach nochmal voll. Das geht relativ schnell. 100 Rohre und 100 Dings und die Schallträger, ähm, das liegen ja überall rum. Ja, es waren noch 7 Motoren drin. Die reichen, glaub ich, nicht. 10 brauchen wir, glaub ich. Äh, 8 braucht man. Natürlich. Äh, was muss da rein? Ähm, Rohre noch. Rohre? Ah, ja, warte. Rohre... Äh, Moment, ich kann... Ich kann gerade keine Rohre herstellen. Ich muss warten, bis das hier abgelaufen ist. So, Öl ist drin. Was passiert als nächstes? Öl ist in den Lagern drin. Ja, sehr gut. Dann... ...brauchst du die... ...Chemiefabriken. Ne, Ölraffinerien. Das Öl kommt erst in die Ölraffinerien. Und aus den Ölraffinerien kommt dann dieses Petroleum, irgendwas, Lum und doch mal Lum. Warte, warte, ich brauch jetzt Ölraffinerien. Ich kann zwei Stück bauen. Oh, was? Wo der eigentlich hier wird? Ich muss gerade darauf warten, dass das Mist fertig wird. Also, baue ich scheiße. Oh, da kommt der Zug. Kann ich eine Mauer über die Schienen bauen, dass der Zug in die Mauer fährt? Nein. Schade. So, der ist hier gerade lang gefahren. Der wird ja nicht nochmal wiederkommen. Ich könnte auch einfach rauszoomen, dann würde ich sehen, ob ein Zug kommt. Ja. Das wäre vielleicht einfacher. Soll ich nochmal in den stehenden Zug reinlaufen? Bitte. Aber was machen wir jetzt? Ja, ich muss warten, bis 630 Computerchips hergestellt sind. Ja, wir können uns das da aufteilen. Warum bauen wir nicht jeder welche? Ne, ich, äh, ich baue ja für dieses Umspannen-Dings. Aber... 630? Ja. Aber ich würde gerne Schwefelsäure herstellen. Aber wie viel denn brauchst du? Schaltkreise brauchst du? Äh, ja, also ich, ich stelle gerade Solarpanel her. Ich will das ausprobieren. Und ich habe 42 Solarpanels in der Mache und die brauchen 630 elektronische Schaltkreise. Also, ich habe jetzt nochmal 100 Fässer reingetan. Mh. Schwefel auf Wasser, Petroleum. Wo kamen wir Petroleum? Öl. Ja, wo wird das angeliefert? Dann, äh... Gleich ist mir nicht so weit. Das ist eine aufwendigere Produktion. Ich arbeite dran. Ja, aber wo, wo, wo kommt denn das Petroleum an mit dem Zug? Das wird ja mit dem Zug zu uns gefahren, oder? Nein, das wird erst raffineriert. Öl wird hier angeliefert und das wird raffineriert und dann weiterverarbeitet in verschiedene Sachen. Mit vielen verschiedenen Sachen. Gibt es einigen. Ja, dann mache ich nämlich, wenn dann das Petroleum da ist, mache ich dann mit aus dem Petroleum eine automatische Schwefel- und Schwefelsäureproduktion. So, ich... Wie viel Ölreffenerien brauchst du, meine ich? Mein... äh, brauch ich, meinst du? Ähm. Ich werde zu sagen... Ach du Scheiße. Wie soll ich die anschließen? Wie? Du hast mehrere Ausgänge an so einem Teil. Ja. Was kann ich denn da rauskommen lassen? Wird alles frei, muss raus. Okay. Ich habe jetzt zwei nebeneinander gesetzt. Ich setze aber, glaube ich, zwei voreinander, das ist einfacher. Also, ich werde mindestens drei verwenden. Okay, ich mache noch. Dann, drei werden rein. Was machst du dann, Nino? Boah, ich werde da reagieren. Nachdem das in diese drei Teile aufgeteilt ist, danach nochmal solche Tanks hinstellen. Ja, okay. Für jedes Teil zwei Stück. Damit, auch wenn man eins nicht so schnell verbraucht ist, du das immer noch zwischenlagern kannst, weil das wird nur dann weiterverarbeitet, wenn es komplett leer ist. Ähm, die Raffinerie. Soll ich, wenn du Petroleum voll hast und das andere Looms leer sind, dann wird nicht weitergearbeitet. Nimmst du eigentlich Schaden, wenn ich das mache? Weiß nicht, mach nochmal. Ja, so ein Bildschirm wird rot, weiß ich nicht, aber ich sehe meine HP-Leiste. Die ist unten über der Dings-Leiste. Ja, ich ploppe nicht auf, dann kriege ich wohl keinen Schaden. Wahrscheinlich so wenig. Weil es war nur die Pistol, die ganz normale. Dann angegriffen oben. Du musst es dann noch einstellen, also mache ich mal was. So. Wo hast du es eingestellt? Auf, dass die drei Teile rauskommen, genau. Bis wir da sind, sind die doch eh alle platt. Ah, stimmt schon. Ja, wollte ich sagen, Alter, die haben ja aber... Wow, das war eine größere Armee, die hier angegriffen hat. Ich glaube, langsam wird es ungemütlich, Jungs. Ja, wir haben jetzt auch schon Öl. Die haben einer Mauer fast einen Schaden gemacht. Wir warten, bis die mit ihren Fernkämpfungen kommen und mit den Tanks und... Dann wird es lustig. Dann baue ich einfach eine Mauer aus Lichtern. Ich bin... Ich sollte wirklich nicht mehr so über die Gleise laufen. Vor allem nicht, wenn ich fast fertig bin damit. Die, äh... Ich habe 290 Schaltkreise, muss ich noch machen, von den 600. Ich laufe die ganze Zeit sinnlos durch die Gegend. Äh, das ist falsch rum. Okay, das ist zu kurz. Scheiße. Okay, so geht das auch nicht. So geht es auch nicht. So. Jetzt noch das Richtige nehmen. Du musst das richtig rumdrehen. Das ist falsch rum. Das ist falsch rum. Das war doch... Das ist richtig rum, oder? Ja. Nein, das ist falsch rum. Das ist falsch rum. Oder? Das Band war nur falsch rum. Ah. Blubblub. Oh, guck. Ich will 2 Sekunden lange wartet. Jetzt läuft hier... Jetzt läuft hier... Voll die Riesen. Ja, hier könnten noch mehr Geschütztürme hin eigentlich. Ja, die Sache ist, hier ist eigentlich recht, recht safe. Daher wieder. Geschütztürme muss ich auch neue bauen. Boah, ich muss so viel neu bauen. Hast du noch eine Stahlspitzhacke, die du mir leihen könntest, eigentlich? Ja. Das wäre sehr nice. Das reicht schon, ich brauche nur eine. Ja, nehmen wir alle. Ja, du brauchst auch noch eine, ne? Ja, ich habe 19 Stück noch ausgerüstet. Oh, perfekt. Ich gehe mir jetzt... Holz holen. Hm? Was ist los? Das Öl-Teil hier ist doch nicht so ergiebig, wie ich gedacht habe. Was meinst du? Oh, fuck, 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 oh, fuck. Hast du was? Ey, Nino, hast du noch Geschütztürme? Ne. Soll ich bauen? Ja, hier oben, wo ich bin, müsste noch einer in die Ecke mit Munition, also bei dem Öllager, da ist nämlich keiner, da ist ein Bereich gar nicht abgedeckt, ich weiß nicht, wo der hinten ist, da müsste eigentlich einer sein. Kann man irgendwie Zeichen auf der Karte geben? Achso, ich muss, dann muss ich das ja auch hier, dann muss ich mit einführen, ne, mit dem Kreis hier. Warte, ich schmeiß dir mal die Tauer hin, leg du die mal bitte. Okay. Warte mal, wo hab ich die denn jetzt? Hier da. Wurde erbaut noch. Warte. Kannst du dich gleich abholen. Wo hast du die denn gelegt? Ja, die baut noch, die bauen noch. Dauert auch nicht übel zu lange. Ja, ja. Ich meine, diese ganzen komischen Äste, die hier auf dem Boden liegen, mit. Lager-Tank. Lager-Tank. Das kenne ich dir auch nicht, sagen. Überlegen, wo ich das rüber ziehe. Oh, hier steht das Auto. Okay, wie war das mit dem Färben? Ähm, da muss ich selber kurz ein Auto anklicken. Dann kann ich es dir sagen. Ja, da steht. Ist das dein Auto gewesen? Weiß ich. Auto. Oh. Oh. Oh, hier einzufahren. Kann ich eigentlich mit einsteigen? Ne. Das wäre richtig geil. Dann steige ich ins Auto, ein Fein, eine Feinbasis, steige aus und renne weg. Ähm, Autos kann man scheinbar nicht verschieden anmalen. So ein Zug. Gehe vorsichtshalber aus dem Weg. Ich will das, obwohl ich muss das hier abbauen. Ich kann das hier nicht rausbringen, ohne dass ich irgendwas umfahre. Da war ein Rohölfass drin. Ein Rohölfass? Möchtest du ein Rohölfass haben? Ja, gib her. Ich schmeiß auf den Boden. Ich sammels auf. Z. 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 Ah, ich muss bei mir in der Nähe sein. Da liegt es, das ganz, ganz Kleine. Du siehst es kaum. Drück hier, wo ich der F. Ja, ich tue es. Perfekt. So, wo haben wir denn eigentlich noch sehr viel Platz? Den wir nicht brauchen. Das könnte sich als kompliziert erweisen. Sag mal, hier oben links, hier werden wir nichts hinbauen, oder? Wo ich jetzt bin. Doch. Hier oben links. Kommt eine Stahlproduktion hin. Dann unter, direkt unter dem Eisen hier. Brauchen wir das da. Das Feuer brennt. Keine Ahnung. Geil. Wo ist so unseren Zerg fragen? Bitte? Hey, da steht der Zug und ich muss an ihm vorbei. Wann fährt der Zug los? Wenn du vorbeigehst. Ja, das habe ich irgendwie auch so den Eindruck. Den Platz hier unten, brauchen wir den? Ja. Okay. Den Platz hier mitten im Wald, brauchen wir den? Also hier ist komplett unsere Dingsmus, äh, unser Bahnhof eigentlich. Und hier mitten im Wald? Das Gebiet wird komplett beansprucht. Also das Gebiet hier ist... Okay. Dann gehe ich nach rechts. Also das dehnt sich ziemlich aus. Ich kann das nicht genau einschätzen, aber das braucht viel Platz. Oder? Diese Raffinerie, Kladderadensch. Ihr braucht eine Menge Platz. Ja, deswegen besser freilassen. Wahrscheinlich brauchen wir sogar noch mehr als das hier, aber... Ich glaube, ich habe das Auto gar nicht mitgenommen. Oder doch? So, das hier ist soweit fertig. Ich habe die jetzt... Ich will das jetzt unterteilen. Was ist der nächste Schritt? Jetzt kannst du in Chemiewerken daraus, ähm, verschiedenes Zeug herstellen. Okay, und was brauchen wir? Alles. Von den Plastikstangen bis zum Sprengstoff. Also als erstes fände ich, äh, das Dingszeug ganz nett. Ähm, Schwefel. Also, was ich für Schwefel brauche. Hier kann man ja nirgendwo mehr fahren. Alles zugebaut. Ja, hier drin solltest du auch nicht fahren. Ich muss aber so weit weg. Ja, es gibt später so schnellere Schuhe, oder? Können wir die erforschen? Was erforschen? Was ist denn das hier für eine Außenbasis? Ja, das ist unsere Ersatzkohlegrube, ne? Sie bräuchten noch eine Pumpe. Und wofür? Vorher bekomme ich jetzt einen Elektromotor ein, Holt. Ich habe noch sieben dabei. Elektromotor? Äh, Motoreinheit. Ich brauche aber eine Elektromotoreinheit. Die können wir noch gar nicht bauen, wenn ich das richtig... Wer tut denn eigentlich unsere Forschung hier vernachlässigen? Ja, ich weiß nicht, was ich als nächstes forschen soll. Hat dir keiner gesagt? Ja, dann mach einfach irgendwas rein. Ich mach mal fortgeschrittene Elektrotechnik 2. Nino? Ja? Hast du Lust, mir was zu helfen? Ich habe gerade noch was zu tun, aber... Du könntest dein Dingsnetz und die Teile hier unten erweitern, wo ich bin. Ja, ich bin gerade erst mal hier oben. Kann man erweitern. You know? Ja. Oh, da war ein Kupfer. Warum mache ich das dann als nächstes? Wie funktioniert das mit dem Festbrennstoff? Der Festbrennstoff? Wo kriegst du dann so Festbrennstoff raus? Das ist so cool. Was muss ich da, ich weiß, das ist so wie ein Bandschop, aber was muss ich dafür machen? Das ist ja das Einfachste von den Sachen, oder? Ja. Einfach nur, wie fülle ich das ab? Das muss ich abfüllen, das ist einfach so ein Würfel. Also quasi mit Greifarm, mit Greifarm raus. Jetzt brauche ich Eisenplatten, ey. Fuck das. Ich auch. Ich auch. Also hier nicht im Osten. Ey Leute, was haltet ihr davon? Könnt ihr mir mal einen Gefallen tun, was Wichtiges zu machen? Ich mach was Wichtiges. Ja. Ich mach was anderes, weil uns geht gleich das Eisen aus. Unser Eisen-Dingsbums steigt auf jeden Fall, was unser Bedürfnis. Ich hab hier schon so ein Ding angeschlossen, aber ich arbeite gerade hier dran. Oder könntest du das gleich mal machen? Ich mach's dann, ich hab's euch noch nichts zu tun. Einfach Eisen- und Stahlproduktion wieder expandieren. Doch mal gucken, wie es bei mir aussehen wird. Ja Leute, da wird ein Mega-Eisen- und Stahlproduktion bestellt. Ich laufe auf dem falschen Förderwand, verdammt. Kannst du Kunststoff-Stangen herstellen? Ich? Ja, du. Ja, kann ich mich als nächstes drum kümmern. Ich bin fast völlig mit Fest-Frenzstoff. Das wäre... Es ist echt unübersichtlich irgendwann ein bisschen und auch anstrengend für die Augen. Ja, ich hab sehr nah reingezoomt, dann geht das eigentlich. So. Fest-Frenzstoff funktioniert hier. Ich baue hier aber nur Müll. Ich sag, Fest-Frenzstoff brauchen wir jetzt am Anfang nicht, weil wir haben jetzt noch Kohle. Aber sobald die Kohle ausgeht, dann... Es läuft jetzt langsam vor sich hin. So, als nächstes, was willst du haben? So. Was meintest du, wolltest du haben? Ähm... Kunststoff-Stangen. Kunststoff-Stangen. Dafür brauchen wir Petroleum und Kohle. Okay, ja cool. Kohle ist schon vorne am... Du hast schon hier was in die Nähe, den du musst sehen. Genau, damit der Zug immer aufgeladen wird, weil der fährt mit Kohle. Aber da kannst du ja dann einfach die Leinen weitermachen. Petroleum, war das das Gelb oder das Orange? Petroleum fände ich auch geil, weil daraus kann ich die Batterien herstellen. Bitte? Das schwarze. Das schwarze? Ach, das muss ich erst produzieren? Boah, warte mal eben. Boah, das ist echt... Ja. Du wolltest es ja machen. Ja, Chemiefabrik. Jetzt leide. Ja, es macht ja auch Spaß. Nein. Dann leidest du noch nicht genug. Das ist richtig. So, was wolltet ihr nochmal haben jetzt? So, alles nochmal. Also, ich brauche... Kunststoffstange. Genau. Da brauche ich Petroleum und Kohle. Petroleum habe ich schon, Kohle fehlt mir noch. Alles klar. Ich habe immer noch keine Kunststoffstange. Chill mal. Das dauert jetzt ein bisschen. Hey, ich will echt keinen Stress machen, aber ich habe immer noch keine Kunststoffstange. Die zur Hölle sind auf dieses äußere Munitionsband fünf Laufbänder gekommen. Ach, der wird irgendwo verloren. Pass auf, irgendwann läuft da wirklich alles im Kreis. Theoretisch könnten wir einfach die ganze Zeit unseren Müll da drauf werfen und gucken, was passiert. Dann freut man sich immer an. Wir könnten, wir könnten auch, wir könnten auch irgendwas zum Aussortieren programmieren dann. Und unsere Müllechter drauf schmeißen. Zwei Türme sind in einen Kampf verwickelt. Oben rechts. Halt die Abwehr schön auf. Vordermann. Äh, die Abwehr ist immer noch genauso stark wie vorher. Man muss jetzt erstmal Lampen herstellen. Wow. Dieser scheiß Zug, Mann. Die größte Gefahr geht von uns selbst aus. Ja. Äh, so. Ich brauche Geschütztürme. Ah, von dem geht immer Gefahr aus. Was macht der überhaupt? Lebt er noch? Nein. Der ist tot, ne? Ja. Schade. Vielleicht mal auf dem Steam gucken, was der macht. Das kann ich mir an. Oha. Langweiler. Der. Wie, soweit geht das gar nicht? Ich komme hier nicht runter. Gibt es noch längere? Nein, machen wir einfach so. Ja, das geht auch. Tschüss, Cassius. So, Geschütztürme. Was du auf jeden Fall irgendwann anfangen musst, ist da zwischen Reihen. Oh, du machst das. Äh, Digga. Bitte? Was hast du gesagt? Boah, und wer fährt mich ja einfach um? Alter, welcher Affe. Äh, die fährt von alleine, ne? Die ist automatisch. Wendert ja mal. Wo habe ich meine Sachen? Liegen die da, oder was? Nein, die sind alle weg. Mein Gott. Deswegen bin ich auch die ganze Zeit gerade durch die Gegend gerannt und habe Mist gemacht, weil ich darauf gewartet habe, dass... Wer hat eigentlich die Kohleproduktion unten angeworfen? Ich hab die angeworfen. Ich hab die angeworfen, weil die zu nah an meiner Sache dran stand. Jetzt sieht die aus. Hä, aber gibt's den Slumwerfer? Ich hab gar nichts mehr jetzt, ey. Fuck dis. Ätzend. Ähm, ich kann kurz erforschen. Dann kann ich hier dem Wald mal endlich roden. Der Gött, geht mir schon görig auf den Sack. Weil ich muss in die Richtung jetzt schon. Oh man, ich hab gar keinen Bock, alle neu einen zu sammeln. Ja, geh irgendwo hin. Ich hab mir einfach tonnenweise von allen Rohstoffen gesorgt und dann ordentlich hergestellt. Kriegst du ja alles, das ist, was du brauchst. Ja. Haben wir ja hier gespeichert, überall hier und da eingebaut. Wir können jetzt Zug-Signale bauen. Ich hab jetzt immer ein Stopp-Signal dabei und das platziere ich dann beim Zug, bevor ich die Schienen überquere. Dann kann ich nicht mehr plattgefahren werden. Zündliche Stoffe erforscht, was machen wir als nächstes? Wo gibt's nochmal... Ah, ne, warte mal. Glammwerfer, hab ich schon angeklickt. Nein! Glammwerfer, oh Gott. Wo war der denn? Hier, oder ich noch. Ah, da. Okay. Der geht auch schnell. Ja, ja. Das sagen sie immer und dann sind sie schwanger. Aber schon wieder. Boah, das will ich haben. Ich weiß nicht, wie das geht, aber ich will sie haben. Kampfroboter, das klingt gut. Welches Zeug? Mittlere. Das mittlere ist... Das mittlere ist... Leicht öh, okay. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt, ob das, was ich hier die ganze Zeit versuche, eigentlich überhaupt funktioniert. So, ich brauche Türme. Habe ich schon Türme bekommen? Nein, aber die sind kurz davor hergestellt zu werden. Wir sollten demnächst gerade. Und ihr seid damit gut ausgelöst. Das ist, glaube ich, das Gefühl. Ich mache gerade wieder Strom. Strom ist gut. Ich mache gerade Solarenergie. Ihr sagt alle, das ist kacke, aber ich mache es trotzdem. Das ist so teuer, das muss gut sein. Ich habe so viel auf den Kopf gehauen dafür. Oh, ich brauche gleich nochmal ein Raucherbäuschen. Dann können wir gerne weiterspielen. Ja, ich muss erst mal die Aufnahmen unterbrechen. Ja. Ich ballere hier schon seit 10 Minuten den Wald weg. Weil ich keinen Bock habe zu fällen. Oh, ich habe keine Munition mehr. Ach, das schon. Ich mag das Spiel. Ja. Es macht sehr viel Spaß. Aber es ist anstrengend. Ich baue gerade... Ah, das wird echt anstrengend. Ninos Meganetz baue ich gerade um. Greif. Also ich baue es nicht um, ich erweitere es. Ich habe unser Gebiet ein bisschen erweitert. Sehr gut. Also ich bin dabei, es zu erweitern. Aber auch nur meine Solarfarm. Die mit... Boah, das ist... Ich habe Lampen neben die Solarzellen gestellt. Jetzt können die auch im Dunkeln Strom produzieren. Das ist die Idee. Scheiß doch auf Energieerhaltung. So. Türme, Türme, Türme. Boah, jetzt ist er mich fast wieder umgefahren. Der Scheiß so. Holy shit. Ja, ich bin hier oben, der soll sich mal verpissen, Mann. So. Ich muss hier... Oh Gott. Alter Schwede. Du hast eine Mute-Taste. Benutze sie. Ich bin nicht so schnell. Was hast du das gelegt? Alt und alle Tasten gleichzeitig? Ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen. Aber wäre eine... Ist eine gute Idee. Alt, alle Tasten. Einfach Batsch. Mit dem Gesicht... Ja, genau. Mit dem Gesicht einmal auf alles. Boah, hier ist Henry... Alter, hier sind ja voll viele Baumstimmel. Das sieht ja gut aus. Ich würde mich raten, gleich sind da keine Baumstimmel mehr. Ja, das sind halt die Baumstimmel auf dem Boden. Ich mag so Details ins Spiel. Wer mag keine Details ins Spiel? Ich... Weil was cool ist. Ich will, dass alles plain gleich ist. Ich hasse das, wenn da Details sind. So, ich habe noch immer keine Aufnahmepause gemacht, weil ich das hier noch zu Ende bauen will. Ich habe schon fast den Kampf gegen den Wald gewonnen. Ich habe schon wieder keine Munition mehr. Ja, huu. Äh. Äh, der, der. So. Guckt mal auf die Map. Unser Ding sieht schon ziemlich cool von oben aus. Sieht richtig strukturiert aus. Ihr könnt M drücken, dann könnt ihr euch das... Äh. Also, wo seid ihr denn? Apteen ist unten rechts. Der Gallia? Wer ist der Gallia? Unser Zug, Luzi, ist an der... Die Haltestelle heißt so. Ja. Was machst du denn, Luzi? Brauchst du irgendwas? Oder... Ah, das ist nicht. Ah, ich brauch noch was. Oh. Okay, Leute. Eisenplatten. Wie komme ich jetzt zur Hölle hier Eisenplatten? Ich habe welche hier auf Tasche. Wie viel brauchst du? Ich habe 500 Euro. Ah, stimmt. Ich habe da. Ich kann alles besorgen. Aber ich finde die Lösung hier für den ersten Abteil, finde ich ziemlich cool, wie ich das gelöst habe. Mit den Abzweigen. Kann man so ein bisschen was sinnvoller machen. Nino? Ah. Ja. Jetzt müsste theoretisch... ...müsste deine Kreisbahn noch funktionieren, aber erweitert worden sein. Er geht hier erst mal mit dem Flammen, der verübelst ab. Riesch an. Oh Gott, ich will auch da sein. Ich will auch da sein. Ich komme. Oh, scheiße. Oh Gott. Ich komme. Und ich glaube, unsere Munition unter... ...strecke ist unterbrochen. Nino? Nicht mal ein Problem. Das hört ja gar nicht auf mit dem Feuer, du Jod. Ey, scheiße. Warte, was macht ihr da? War hier nicht mal ein... ...unser Verteidigungseinrichtung von innen. Ja, ich sehe es. Niemal. Mach das aus, warte. Äh. Ich kann anscheinend mit Schrotflinten... Ey, wie das qualmt, voll cool. Abteil, du schießt gerade auf die... Ne, ich versuche das Feuer auszumachen, aber es geht nicht. Oh, Alter, laufe! Wie viel Schaden hast du bekommen? Ich sterbe! Meine Waffe kann weiter ballern. Okay, lassen wir das. Ähm, jetzt aber mal ganz kurz ne Frage. Uns geht die Kohle aus, ne? Nein, ich hab unten schon ein neues Feld vorbereitet. Die wird uns nicht... Äh, ja, ja, aber die... Also, die Hälfte unserer Stromproduktion liegt gerade brach. Ja, dann mach mal auf Pause. Wir brauchen... Lassen wir mal kurz das Game pausieren. Unterbreche mal die Aufnahme, dann können wir... Ey, lass mal... Das ist jetzt mal mega geil aus. Aber lass mal kurz eben ne Pause machen. Ich brauche eben fünf Minuten Luft. Ja, ja, ich guck ganz kurz, ob das hier... Okay, ja, sollte... Sollte, sollte... Okay, ich hab meinen Teil hier soweit abgeschlossen. Ich bin glücklich. Ich noch lange nicht. Dann... Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.